Pass auf, Flaschenzug, ne, ne, ich glaub das war's, wir gehen mal zur Laverne, beziehungsweise brauchen wir irgendwas, ja, wir gehen mal zur Laverne. Lässt mich hier raus, ich habe nichts getan. Ha, irgendwas musst du getan haben, sonst wärst du nicht hier, oder? Du wärst draußen mit deinem Besitzer und würdest dich für die Show fertig machen. Besitzer? Niemand besitzt mich. Ups, kein Besitzer, sagst du? Nun, mach dir darum keine Sorgen. Ich bin sicher, wir finden jemanden, der dich aufnimmt, bevor wir dich einschläfern müssen. Verdammt sei, Dr. Fred. Hey, sie kennt das Motto der Edison-Familie. Also, das hier, kartenspielende Frau, kartenspielender Typ, alter Mann, sind die Edisons. Oder zumindest irgendeine Familie, die in der Zukunft noch lebt. Ich glaube, die beiden betrügen. Karten. Wahrscheinlich gezinkt. Kann man die mitnehmen? Moment, sie dürfen betrügen, du nicht. Rede mal mit denen. Lieber nicht stören, sie betrügen sich gerade. Alter Mann, rede mit alter Mann. Fred? Sind sie das? Was? Du spinnst. Es gab kein Fred in der Edison-Familie seit 200 Jahren. Der letzte Fred war eine Schande für die ganze Familie. Nicht zu vergessen für die ganze Menschheit. Ja, genau. Das ist der, der ja praktisch die Tentakel erschaffen hat. Mit dem Purpo-Tentakel die Arme ermöglicht hat. Also, wer sind sie dann? Nun, wo bin ich? Wie komme ich hier raus? Nun, ich muss ja noch eine Weile vor mich hinrotten. Also, nee. Wer sind sie denn? Also, wer sind sie dann? Ich bin Seth Edison. Das ist meine Frau Settler und mein Sohn Fett. Schön, euch zu sehen. Seth. Das Ende der Edisons praktisch. Wo bin ich? Wo bin ich? Du bist in dem einst stolzen Haus der Edison-Familie. Wir waren einmal die Herren dieses Hauses, so wie die Menschen mal die Herren der Erde waren. Jetzt sind wir die Sklaven. Die Haustiere. Und ziemlich schlechte darf ich hinzufügen. Oh, verzieh dich, du verzogener Nachtschwärmer. Wie komme ich hier raus? Wie war das mit der Menschenshow? Da gibt es eine Menschenshow, ja. Wie war das mit der Menschenshow? Es ist eine Farce. Genau das ist es. Diese schleimigen Tentakel stecken Menschen in kleine Kostüme. Machen schreckliche Dinge mit ihrem Haar und zwingen sie dann dazu, ihre grässlichen Talente unqualifizierten Preisrichtern vorzuführen, die Wochen vorher bezahlt wurden. Durftest nicht mitmachen, was? Sie meinten, Makramee wäre kein Talent. Diese schleimigen Riesen-Talente. Makramee? Ich habe das gehört. Äh, ich muss hier noch eine Weile vor mich hinrotten. Nun, ich muss hier noch eine Weile vor mich hinrotten, also. Ja, ich auch. Hm, okay. Also, ähm, wir müssen jetzt raus. Es gibt eine Möglichkeit, und zwar ihn anzureden, den Tentakelwächter. Juhu, Mr. Tentakelwächter. Was? Ich will hier raus, das ist eine Verletzung meiner Rechte. Also, das können wir jetzt schon anwählen, aber das bringt jetzt nichts. Ich muss mal für kleine Tentakel, das funktioniert eben. Also, das war jetzt mal. Ich muss mal für kleine Tentakel. Haha, der ist gut. Man stellt sich vor, ein Mensch auf der Toilette. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein. Erledige dein Geschäft. Erledige dein Geschäft. So, wir sind hier. Wir gehen mal dahinter. Und hey, der Kono-Chan ist da. Stecker, Fenster. Also, da unten können wir ihn anstecken. Das geht aber im Moment nicht, weil wir können da nicht reingehen, oder? Nee, geht nicht. Okay. Wir können aber Dinge empfangen. So, jetzt können wir Dinge rumschicken. Skalpell braucht, also, ich weiß es schon im Kopf, ne? Das braucht der Burnout später. Beziehungsweise, jetzt brauchen wir es, glaube ich, nicht. Nee. Zack. So, dann gucken wir mal eben, der Hoagie hat was für die Laverne. Und zwar. Rote Farbe brauchen wir gleich mal noch für irgendwas. Für was brauchen wir denn das? Egal. Die Maus brauchen wir in der Zukunft. Prothese brauchen wir in der Zukunft. Ach ja. Den Brief brauchen wir in der Gegenwart. Das brauchen wir in der Zukunft, den Dosenöffner. Okay, wir gehen mal zu Bernard und schauen, was er für uns hat. Tippex, Tippex braucht die Zukunft. Und sonst haben wir nix. Ach so, ja, die Nudeln brauchen wir jetzt in der Vergangenheit. Genau. Schmarrn. Ist das falsch? Zukunft brauchen wir das. So, jetzt. Okay. Gut. Dann machen wir mit der Laverne weiter. Wir haben jetzt Zeug bekommen. Die Frage ist, reicht es uns jetzt aus? Ich überlege jetzt, Gott, wir können mich dann später sagen, dass wir zum Doktor wollen. Da müssen wir irgendwas machen. Was war denn das, glaube ich, da? Wir brauchen... Ah, ja. Wir müssen diese Quest lösen mit der Fahne. Und die gibt's... Wo waren das, glaube ich, da? Irgendwo hier gibt's es. Irgendwo hier gibt's es. Ich bin fertig mit Gassi. Hallo, Herr Tentakel-Typ. Es ist Zeit. Ah, ich weiß es. Genau, beim Arzt. Da können wir den Plan holen. Juhu, Mr. Tentakel-Guy. Was? Tentakel-Guy. Äh, mir ist schlecht. Oh, mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh-oh. Oh-oh. Zeit, Dr. Tentakel zu besuchen. Dr. Tentakel. So. Na ja, was haben wir denn hier? Mir ist schlecht. Wirklich? Okay, jetzt halt still. Werden Sie Ihr Skalpell benutzen? Natürlich nicht. Mist. Was? Flop, flop, flop. Hi, der Janni-Gurke. Servus. Was ist? Endlich Ferien. Ich dachte. Was? Alles ist in Ordnung mit dir, Mensch. Puh. Ich muss jetzt zur Show. Ich schicke nach deinem Wächter. Oh, sitz. Ruhig. Yeah. Also, er hat uns jetzt alleine gelassen. Wir können jetzt hier noch ein bisschen was machen. Diplom. Was steht denn auf dem Diplom drauf? Lizenziert zur Behandlung von Tentakeln zum Wohle der Tentakelrasse. Zum Wohle. Äh, hier ist ein Tentakelschema. Das brauchen wir in der Vergangenheit. Wir nehmen das mal mit. So. Wunderbar. Das sind zwei Löcher in der Wand. Das wird wahrscheinlich angesaugt durch ein Vakuum. Um da Löcher reinzubohren. Menschliches Schema. Wir sind an der Wandlater Tentakel. Also im Vordergrund praktisch sind Tentakel. Oh, menschliches Schema kann man nicht nehmen. Oh, ich habe genug davon zu Hause. Wir gehen natürlich durch die Tür durch. Ah ja. Und hier ist die, ähm, die Menschenshow. Verrückte Person. Lächelnde Leute. Lächelnde Leute. Okay. Also, das ist eine Menschenshow. Da kann man zeigen, wie hübsch man ist. Das ist eine Modelshow praktisch. Wie bei Tieren auch. Ähm, wenn ich jetzt davor gehe, dann werde ich gefangen genommen. Hi, mein Name ist... Ähm. Ja, ich muss durch die Tür durchgehen. Ah ja, genau. Stimmt. Und hier war ja noch mehr. Wir müssen hier raufgehen auf dem Kamin, oder? Was war denn, glaube ich, da? Genau, hier ist die Fahne. Genau. Ah, wir haben jetzt keine Kurbel. Wir brauchen eine Kurbel. Stimmt. Und die gibt es, glaube ich, in der Vergangenheit, oder? Ja. Oder in der Gegenwart. In der Gegenwart gibt es die. Die brauchen wir noch hier. Das Blöde ist, die kann jetzt nicht hin zum, ähm, zum Kronogen. schon. Plopp. Unterdessen. Sagen Sie, Leugner. Wie denken Sie wirklich über die Menschen? Ehrlich, Sir? Ich denke, sie sind dreckig. Obszön. Faul. Widerlich. Wie das Zeug in deinen Augen, wenn du wach wirst. Wie das Wachs, das sich hinter den Saugnäpfen bildet. Das reicht, mein Sohn. Ich wollte nur sicher gehen, dass du keiner der Menschen-Sympathisanten bist. Jetzt, wo diese schreckliche Menschen-Show läuft, wibbelt es überall von Menschenliebhabern. Ich bin kein Menschenliebhaber, Sir. Das ist gut. Nun hör mir zu. Ich habe da einen kleinen Plan. Bam. Autsch. Hier ist ein Tentakel. Ähm, das wird uns auch gefangen nehmen. Da muss ich... Muss ich weggehen. Ah, Mist. Falsche Tür. Okay. Okay, wir müssen jetzt... Juhu. Aufs Klo. Was? Ich muss mal verkleine Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gasse gehen. Und jetzt können wir nämlich wieder an Krono John gehen. Gut, Menschlein. Erledige dein Geschäft. So. Gut. Ähm. Ich gehe mal zum Bernhard. Ich muss doch jetzt erst die Fahne ändern. Genau. Oh. So, vergessen. Hier haben wir noch das Schema. Jetzt müssen wir zum Hoagie geben. So. Hoagie. Ab zum Gasthaus. Jetzt können wir die Fahne ändern. Beim Bernhard muss er auf jeden Fall die Kurbel holen. Das darf ich nicht vergessen. Der Bernhard hat nämlich oben am Dach eine Kurbel. Die brauchen wir in der Vergangenheit. Beziehungsweise, ich glaube, in der Vergangenheit, wo jetzt der Hoagie ist, da gibt es glaube ich keine Kurbel. Nee, er ist in der Gegenwart, Manni. So, hier ist ein Muster. Und wir überdecken das Muster jetzt mit dem Tentakel-Schema. Ja. Tada. Top. Das haben wir geändert. Dann ab zum Bernhard. Oh, Moment, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Bin gleich wieder da, in ein paar Minuten. So, es geht wieder weiter. So, wir sind wieder da. Meine Freundin ist gerade nach Hause gekommen, deswegen haben wir kurz schnell unterbrechen müssen. Die war unterwegs seit gestern, heute ist Sonntag, seit vorgestern war sie unterwegs. Und jetzt ist Gott nach Hause gekommen, musste ich ja ganz kurz mal unterbrechen. So, wir sind in einer Gegenwart und wir müssen jetzt mal zur Kurbel rauf. Achso, ja, der mit seinem Kaffee. Oh, das können wir auch gleich machen. Das können wir auch gleich machen. Da haben wir noch gar nichts gemacht in der Gegenwart. Nur überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Oh ja. Da fallen gerade so viele Quests ein. Moment. Augie. Augie. Geh mal da nach drüben. Plötzlich, das war schon da, das war schon da. Wir gehen nach oben. Wir gehen nach oben. Und hier sind Türen. Wir öffnen mal die Tür. Das ist jetzt, wie gesagt, die Gegenwart. Und hier ist so ein Gast, ein schlafender Kongressteilnehmer. Es ist ja ein Kongress, so ein Witze. Was ist das? So ein Scherzartikelkongress ist unten. Da müssen wir erst noch reingehen. Da ist noch so ein Versammlungsraum. Und hier ist so ein schlafender Kongressteilnehmer. Und hier ist ein Pulli. Den brauchen wir für später. Da können wir jetzt eh noch ein bisschen wenig machen. Wir haben hier einen Groschen. Wir schmeißen mal den Groschen in Massagefingerzahlschlitz. Das rüttelt sehr am Bett. Wir haben hier eine Tür. Wir schließen mal eben die Tür. Hier ist nämlich was. So. Hier ist ein Schlüssel. Nimm Schlüssel. So. Öffne die Tür. Und tschüss. Hier ist noch eine Tür. Und da ist nämlich jemand drin. Da brauchen wir was für den. Es ist sinnlos. Niemand wird sich hier für mein Design interessieren. Also werde ich meine Karriere hier in diesem schäbigen Hotel beenden. Wie angemessen. Nicht mal das kann ich richtig machen. Eine Scherzartikelpistole. Also hier haben wir eine Zaubertinte. Wir nehmen mal die Zaubertinte mit. So. Reste. Wären sie ja Dwayne. Und eine Scherzpistole. Wir können von da hinten aus nichts machen. Wir können nur reden mit ihm. Reden wir mit ihm. Hallo, ich bin Bernhard. Wer bist du? Hallo, ich bin Bernhard. Wer bist du? Dwayne. Deprimierend, oder? Deprimierend. Wegen Dwayne. Vielleicht kann ich dich aufhalten. Nette Musik spielen sie hier. Nette Musik spielen sie hier, oder? Es ist aus der Fahrstuhl-Klassik-Serie. Es scheint so, als ob dieses Lied den ganzen Tag läuft. Ich war noch nie so deponiert. Das ist so geil, ey. Der Song gibt es damals, hat es damals auch gegeben. Bei der Originalversion. Das hat jemand echt komponiert. Das hat jemand echt komponiert. Da muss man sich jetzt erstmal Gedanken machen. Das hat jemand echt komponiert. Das spielt die ganze Zeit im Hintergrund. Das Ganze als Fahrstuhlmusik so etwas seichter, mit anderen Instrumenten abgespielt. Das ist schon geil. Puh, du siehst deprimiert aus. Was hat dich darauf gebracht, Schlaumeier? Die hängen den Schultern und das lange Gesicht. Der gläsene Ausdruck in deinen Augen. Die Pistole war ein richtiger Knuller. Ich habe eine Krise. Kummer ohne Ende. Ich bin ein Neuheiten-Designer. Ich hatte ein paar gute Ideen. Der explodierende Lutscher, juckende Schwarzpulver, umgedrehte 3D-Gläser und vieles mehr. Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Ich habe es überall probiert, aber keinen interessiert es. Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut finden. Einmal nur. Nur einer, ja. Ich mag deine Design-Ideen. Ich mag deine Design-Ideen. Nun, ich meinte nicht dich. Oh. Vielleicht kann ich dich aufheitern. Vielleicht kann ich dich aufheitern. Oh, ich kann es kaum erwarten. Und pfeifst du nicht einfach ein lustiges Lied? Ja, genau, genau. Vielleicht hilft etwas Gymnastik. Lass uns über Philosophie reden. Warum pfeifst du nicht einfach ein lustiges Lied? Ich habe eine Pfeife erfunden, die die Lippen grün färbt. Niemand mochte sie. Die die Lippen grün färbt. Das gab es aber wirklich früher. Diesen Pfeifenlutscher. Den gab es doch früher. Okay, vielleicht kann ich dich nicht aufheitern. Keine Sorge. Ich würde nur wieder depressiv werden. Vergiss es. Bei ihm nicht. Wir haben was dabei. Wir haben diesen Brief dabei. Ihre Ideen sind großartig. Oder irgendwie sowas steht da drin. Wir ködern ihn jetzt. Hey, hier ist ein Brief für dich. Für mich? Wahrscheinlich noch eine Absage. Na gut. Wie deprimiert er ist. Sie sind brillant. Tolles Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Ja, er ist weg. Kann man die Tür schließen? Tatsache. Da steht irgendwas drauf. Okay, geht nicht. Jo, Fernseher. Scherzpistole. Wir brauchen die Scherzpistole. So. Hier gibt es ansonsten nichts mehr. Bild mit Poker spielenden Hunden. Wunderschön. Wunderschön. Ein Klassiker. Hier ist noch ein Fernseher. Wir gehen mal raus. So, wir haben jetzt eine Scherzpistole. Wir gehen mal hier rein. Und hier ist auch noch jemand. Den kennen wir sogar noch. Also wenn man zumindest Manic Manzan 1 gespielt hat. Grün. Yeah. Bernard. Was machst du hier oben? Tja.